Musik Zum heutigen Verkehrsmagazin, zu dem ich Sie, meine Damen und Herren, recht herzlich begrüße, melden wir uns vom Schönefelder Kreuz, womit wir auch schon beim ersten Thema wären. Vier Kreuze, 14 Abzweige und über 200 Anschlussstellen gibt es auf den Autobahnen unseres Landes. Sie sind die schnellsten Verkehrswege, bergen aber auch eine Reihe von Gefahren in sich. Eine Hauptunfallursache ist das Nicht-Einhalten des Sicherheitsabstandes. Man, man, man. 50.000 Mücken im Eimer. Also wirklich. Also für den Wagen muss ich jetzt wieder drei Wochen auf Tournee gehen. Verdammter Mist! Wie kann denn sowas passieren, wie sowas möglich? 60.000 Mark beim Teufel. Dafür kann ich wieder drei Galas machen. Verdammte Scheiße! Jetzt besäume ich auch noch meinen Gala-Auftritt. 70.000 Mark kostet die Karosse. Dafür muss ich mindestens eine Woche Denver drehen. Sie haben gut reden, Sie Best-Tinies. Für den Wagen muss ich mindestens wieder acht Jahre lang mal laufen. Was kaufst du denn auf so eine teure Karre? Feierabend! Feierabend!